Das war schön, aber ich glaube, wo wir dich mit uns beiden hat, wo wir dich mit uns beiden hat, keine Zukunft. Es ist immer alles eine Frage der Perspektive. Offen, lacht viel, auch wenn es so ein Wetter ist. Und dann zack, boom, zack, das, das, das. Warum? Die Physik-Uni. Ein Gummibärchen mit Kaffee. Ja, emotional. Es ist früh und archaisch gespielt und so mit nacktem Oberkörper und hatte so lange Haare und so eine Schlaghose an. Gestrahlt, war bunt, sehr facettenreich. Und bin ich irgendwie nach Berlin wieder gekommen. Dann war ich noch in Düsseldorf im Schauspielhaus. Und war irgendwie so, uah, und dann irgendwie, aber auch immer ganz zart, wenn es dann irgendwie um die Schalotte ging und so. Der Baum ist mein Freund. Man muss jetzt auch nicht immer alles schön malen. Also der Baum ist nicht mein Freund. Und da wüsste ich nur, wie ich als 14-Jährige da im Zuschauerraum saß und dann so, uah, und dann war das so wirklich wie so ein Ding, das will ich Oma machen. Was machst du für einen Beruf? Ja, ich bin Schauspielerin. Mhm. Okay. Und bla 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 bla. Also das ist sozusagen im positiven Sinne nicht relevant. Mein Vorsatz für dieses Jahr ist, ich klau's jetzt mal, ich lass es mir einfach gut gehen. Viel mehr Außendrehs und fette Musik drunter. So ratta batta. Und Drama und Zeitlupen und Slowmotion und so. Willst du denn nur irgendwas wissen? Gerade jetzt guck ich so. Von der Bildqualität ist das dann irgendwie schon ziemlich geil. Aber du siehst natürlich auch einfach alles.